Heute geht es um Flip-Flops. Damit sind aber nicht Badelatschen wie diese hier gemeint, sondern bistabile Kippstufen. Hallo und herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt und zum mittlerweile vierten Teil über die Logik-Schaltkreisreihen. Was uns fehlt, sind die Schaltkreise, die mehr als nur einfache Logikgatter sind. Dabei will ich die bistabilen Kippstufen nochmal gesondert behandeln, um die Unterschiede zwischen den verschiedenen Varianten klar zu machen. Und weil sie die Grundbausteine für viele noch höher integrierte Schaltungen sind. Das Grundprinzip der bistabilen Kippstufe haben wir schon vor rund einem Jahr in einem Video gesehen, damals einfach mit zwei Transistoren aufgebaut. Durch die Schalter werden die Basisanschlüsse der Transistoren wechselseitig an Masse gelegt und damit die Transistoren abwechselnd durchgesteuert. Der Kollektor des durchgeschalteten Transistors liegt fast auf Massepotential und am gesperrten Transistor liegt über den Kollektorwiderstand fast die Betriebsspannung. An den beiden Ausgängen liegen also immer die entgegengesetzten Pegel. Das ist die einfachste Grundform der bistabilen Kippstufe, der sogenannte RS-Flipflop. S steht für Set und R für Reset. Das Schaltzeichen ist ein einfaches Rechteck mit den beiden Eingängen R und S und den zwei Ausgängen. Die bezeichnet man meist mit Q. Der zweite Ausgang hat ja den entgegengesetzten Pegel, also Q negiert bzw. Q quer. Dargestellt wieder durch den kleinen Kreis am Ausgang. In der TTL und CMOS Reihe sucht man solche einfachen RS-Flipflops vergeblich. Man kann sie sich aber ganz leicht mit zwei NOR-Gattern aufbauen. Wie bei der Transistorschaltung werden die Ausgänge über Kreuz mit den Eingängen der Gattern verbunden. Sehen wir uns kurz an wie das funktioniert. Wer nochmal nachsehen will wie so ein Gatter schaltet, findet das im ersten Teil der Serie. Zunächst liegt an beiden Eingängen keine Spannung, also Low-Potential. In welche Richtung die Schaltung kippt, ist eher zufällig. Nehmen wir mal an, der Ausgang Q hat auch Low-Potential. Dadurch liegt am oberen Gatter zweimal Low und der Ausgang Q quer geht auf High. Am unteren Gatter ist die ODER-Bedingung erfüllt und der Ausgang Q bleibt auf Low. Ähnlich ist es, wenn die Ausgangslage umgekehrt gewesen wäre. Mit zwei Low-Pegeln an den Eingängen bleibt die Schaltung stabil in einer Stellung und der derzeitige Zustand wird gespeichert. Durch ein High-Potential am Set-Eingang geht der Ausgang am oberen Gatter jetzt auf Low. Am unteren Gatter liegt jetzt zweimal Low und die ODER-Bedingung ist nicht mehr erfüllt. Der Ausgang Q wird auf High gesetzt. Verschwindet der High-Pegel am Set-Eingang bleibt die Schaltung trotzdem stabil in dem Zustand. Ein erneuter High-Impuls am Set-Eingang bewirkt nichts. Erst durch einen High-Pegel am Reset-Eingang kippt der Flip-Flop zurück in die Ausgangslage. Bleibt noch die Möglichkeit, dass an beiden Eingängen High-Potential anliegt. In der Literatur wird das oft als verbotener Zustand bezeichnet. Ich finde die Bezeichnung etwas übertrieben, weil es sich so anhört, als würde die Schaltung damit zerstört werden. Es werden dadurch aber einfach nur die beiden Ausgänge auf Low geschaltet. Für einen Flip-Flop ist das aber ein ungewollter bzw. undefinierter Zustand, der nicht abgespeichert werden kann. Wenn beide Eingänge danach gleichzeitig wieder auf Low gehen, würde der Flip-Flop wieder zufällig in eine Stellung kippen. Probieren wir das praktisch. Die LEDs leuchten bei High-Potential. In meiner Versuchsschaltung ist nach dem Einschalten der Ausgang Q zufällig auf High gesetzt. Mit einem Impuls an R lässt er sich zurücksetzen. Und mit S wieder setzen. Beide Eingänge auf High bedeutet Q und Q quer auf Low. Und danach ist der Zustand zufällig. So ein Flip-Flop geht aber auch mit zwei NAND-Gattern. Allerdings sind hier die Pegel vertauscht. Das Setzen und Zurücksetzen erfolgt jetzt mit Low-Pegel. Ein High-Impuls am Set-Eingang schaltet jetzt Q quer auf High. Und Reset setzt den Ausgang Q. Für einen echten RS-Flip-Flop mit positiver Logik müssten die Eingänge vorher nochmal negiert werden. Mit zwei weiteren NAND-Gattern erhält man einen weiteren Eingang, über den man den Flip-Flop aktivieren und deaktivieren kann. Der Flip-Flop lässt sich jetzt taktgesteuert ein- und ausschalten. C steht für CLOCK. Bei einem Low-Pegel an C sind die beiden Eingangsgatter blockiert. Die Ausgänge bleiben unverändert, egal was an den Eingängen R und S passiert. Mit High-Potential an C funktioniert der Flip-Flop wie gewohnt. Man nennt solche zustandsgesteuerten Schaltungen auch Ledge, was so viel heißt wie Verschluss oder Riegel. Auch das sehen wir uns im Versuch an. Solange C auf Low liegt, kann ich an den Eingängen machen was ich will. Wenn die Verriegelung am Takteingang aufgehoben ist, sind die Eingänge freigegeben. Hauptnachteil des RS-Flip-Flops ist die Möglichkeit undefinierter Zustände am Eingang. Für die Praxis wurde das Prinzip darum weiterentwickelt. Eine Variante ist der sogenannte D-Flip-Flop. Er entsteht, wenn man die Eingänge über einen Inverter miteinander verbindet. Die Eingänge haben jetzt immer unterschiedlichen Pegel, sodass der undefinierte Zustand nicht mehr auftreten kann. Nach außen gibt es nur noch einen Dateneingang. Die Übernahme des Eingangspegels wird über den Takteingang C gesteuert. Bei einem Low-Pegel an C ist der Dateneingang gesperrt. Solange der Takteingang auf High ist, wird der Zustand des Dateneingangs an den Ausgang Q übernommen. Im Versuch habe ich an den Dateneingang einen schnelleren Takt, an C einen langsameren Takt gelegt. Das Blinken der Eingangs-LED wird immer dann übernommen, wenn der Glock-Anschluss auf High liegt. Geht der Takteingang auf Low, bleibt der Ausgang in dem Zustand, den er zuletzt hatte. Bei den getakteten Flip-Flops müssen wir noch unterscheiden zwischen Takt-Zustands und Takt-Flanken gesteuerten Flip-Flops. Zur Unterscheidung im Schaltzeichen bekommt der Takteingang bei der Takt-Flanken-Steuerung so ein kleines Dreieck, ein Pfeil. Im Gegensatz zum zustandsgesteuerten Flip-Flops werden die Daten immer nur während einer Taktflanke übernommen, also zum Beispiel bei der ansteigenden Taktflanke, wenn der Taktpegel von Low auf High springt. Den Unterschied erkennt man am zeitlichen Verlauf der Pegel. Anfangs sind die Eingänge und der Ausgang Q auf Low. Mit dem ersten Takt an C wird der Pegel am Dateneingang übernommen. Der bleibt während der Zeit auf Low und damit ändert sich nichts am Ausgang. Der erste Impuls am Dateneingang hat keine Wirkung, weil der Eingang wegen dem Low-Pegel an C gesperrt ist. Sobald C wieder auf High geht, übernimmt er 1 zu 1 die Pegel von D. Am Schluss bleibt D und damit auch Q auf Low. Beim flankengesteuerten Flip-Flop werden die Daten nur während der steigenden Taktflanke an C übernommen. Sehen wir uns den gleichen Verlauf an. Bei der ersten Flanke wird Low vom Dateneingang übernommen. Es ändert sich also nichts. Bei der zweiten Taktflanke liegt D auf High und der Flip-Flop schaltet um. Bis dahin stimmt das Verhalten mit dem oberen überein. Die nächsten Impulse an D ignoriert der Flip-Flop jetzt aber. Denn nicht der Pegel an C ist interessant, sondern nur der Sprung von Low auf High. Der Ausgang bleibt jetzt also auf High. Erst mit der nächsten Taktflanke kippt der Flip-Flop zurück, da jetzt D wieder auf Low liegt. Man kann also sagen, der zustandsgesteuerte Flip-Flop ist immer dann gesperrt, wenn am Takteingang ein Low-Pegel liegt. Der flankengesteuerte Flip-Flop ist eigentlich immer gesperrt, bis auf den kurzen Moment, wenn sich der Pegel am Takteingang ändert. In der Digitaltechnik hat sich die Flankensteuerung immer mehr durchgesetzt. Man muss dafür sorgen, dass vor der Flanke ein gültiger Pegel am Dateneingang liegt. Würde sich gleichzeitig mit der Taktflanke an C auch der Pegel an D ändern, würde das Ärger geben. Der undefinierte Zustand am Flip-Flop lässt sich auch vermeiden, wenn die Ausgänge nochmals über ein UND-Gatter auf die Eingänge zurückgekoppelt werden. Es entsteht der sogenannte JK- oder JK-Flip-Flop. Die Bedeutung der Buchstaben ist nicht ganz klar. Es könnten die Initialen des Erfinders des Mikrochips Jack Kilby sein, er wird aber auch als Jump-and-Kill-Flip-Flop bezeichnet. Der J-Eingang entspricht dem Set und der K-Eingang dem Reset-Eingang am RS-Flip-Flop. Die Datenübernahme geschieht wieder bei einer Taktflanke an C. Im normalen Betrieb verhält er sich zunächst nicht anders als der RS-Flip-Flop. Liegen beide Eingänge auf High, was beim RS-Flip-Flop ja ein Problem war, wird daraus ein T-Flip-Flop. T steht für Toggle, was so viel heißt wie hin- und herschalten. Mit jeder Taktflanke an C ändert der Flip-Flop seine Lage. Mit zwei Takten an C schaltet der Ausgang einmal hin und her. Mit dem T-Flip-Flop lässt sich also die Frequenz des Eingangstaktes 2 zu 1 teilen. Der rote Eingangstakt kann am Ausgang mit halber Frequenz abgenommen werden. Wenn Eingänge und Ausgänge entkoppelt sein sollen, damit die Eingangswerte nicht sofort am Ausgang sichtbar sind, gibt man die Werte verzögert weiter. Das erhöht die Datensicherheit. Dazu werden zwei Flip-Flops in Serie geschaltet, wobei der Takt invertiert auf den zweiten Flip-Flop gegeben wird. Die Anordnung heißt Master Slave Flip-Flop. Mit der steigenden Taktflanke werden die Daten in den ersten Flip-Flop geladen und zwischengespeichert. Die fallende Taktflanke erzeugt über den Inverter am zweiten Flip-Flop jetzt eine steigende Flanke, wobei die gespeicherten Werte an den hinteren Ausgang weitergegeben werden. Der Flip-Flop reagiert also auf beide Taktflanken. Hier nochmal im Zeitdiagramm, wie die Werte zeitverzögert am zweiten Ausgang erscheinen. Im Schaltbild werden die Ausgänge mit solchen Haken versehen, die eine Taktflanke symbolisieren sollen. In der TTL- und CMOS-Reihe gibt es JK- und D-Flip-Flops, wie zum Beispiel den 74-74. Solche bistabilen Kippstufen sind aus der Digitaltechnik nicht wegzudenken. Allerdings werden sie kaum noch einzeln eingesetzt. Sie sind aber Bestandteil vieler Digitalschaltkreise. Mit einigen davon beschäftigen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.